Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Ja, wir waren dabei hier das Zipperrohr abzuholen und das werden wir jetzt schön brav weiter tun. Also, ich weiß nicht, was ihr mitbekommen habt von wegen Justin Bieber soll wohl irgendwie kiffen oder keine Ahnung und Fans ritzen sich wohl deswegen, damit er wohl aufhört zu kiffen, wenn er überhaupt kiff, was wohl ja nur durch ein nämliches Foto bewiesen wurde. Ich finde das halt mit dem Witzen relativ spannend, weil wenn er wirklich kiffen sollte, was ich auch bezweifeln tue, weiß ich nicht, ob das wirklich hilft, wenn sich jetzt die ganzen Fans ritzen, ob er da drauf überhaupt aufmerksam wird oder ob das einfach nur völlige Blamage von den ganzen Leuten ist. Also, ich finde es schwach. Ich könnte ja mal so sagen, was ihr davon haltet will. Also, in Amerika ist wohl Justin Bieber sehr, sehr beliebt. Hier in Deutschland ja eher nicht so. Aber für mich macht das keinen Sinn, dass man sich deswegen ritzen soll, nur weil so ein Idol meinetwegen am Kiffen und wie bestimmte andere berühmtere Personen schon geschrieben haben oder getwittert haben vielmehr, wenn sich jetzt die Fans schon anfangen zu ritzen, nur weil irgendwer angeblich die Welt echt am Ende und das sehe ich genauso. Also, das Privatleben von dem Pop sollte man in Ruhe lassen, egal ob sie jetzt kiffen oder sonst was tun. Also, ganz ehrlich, ich kenne genug, die das tun. Ich selbst tue es nicht, aber ich kenne genug, die es tun und deswegen ritzt sich die jetzt auch keiner. Also, von daher, ich finde das relativ komisch. Aber, ich kenne mal was eure Meinung dazu ist, also schreibt es in die Kommentare. So, jetzt haben wir genug eigentlich. Jetzt suchen wir nochmal weiter, weil genug haben wir nie. Und dann, wie gesagt, kurze Folgen, jetzt direkt über zur nächsten Folge im Grunde. Ich weiß nicht, wie viele ich jetzt am Stück drehen kann. Die habe ich ja auch gelöst mit dem Mikrofon und, 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 wie man vielleicht hoffentlich hören dürfte. Nicht würzig jetzt tierisch. So, egal, man sieht sich bei der nächsten Folge Let's Play.